Hi, ihr seid bei Kaus Kanz, ihr seid bei Angie und Angie ist im Berggarten. Es gibt sie wieder mal dieses Jahr International Garden Photographer of the Year. Und es geht um Pflanzen natürlich und um Botanik. Und da will ich euch mal ein Bild gleich zeigen von Jackie Parker. Die hat den ersten Platz gemacht und die hat eine rote Echinacea fotografiert, sogenannte Salsa Red. Und hat das Bild doppelt belichtet und es sieht ein Traum aus. Nennt sich Beautiful Garden auch und der Titel vom Bild heißt Summer Reverie. Und Jackie Parker kommt aus England und hat den ersten Platz gemacht bei den schönen Gärten im 13. Wettbewerb. Ja, und jetzt drehe ich mich mal um. Und mit diesem Bild im Hintergrund möchte ich mich verabschieden. Erstmal aus dem Berggarten April 2021. Es war ein wundervoller Tag. Sonne war da. Tolle Fotos. Tolle Natur. Also ich gebe euch den Tipp, geht mal wieder in den Berggarten in Hannover. Das ist wirklich ein Traum. Und diese Ausstellung, die ich euch, kann ich euch nur empfehlen, die geht noch bis zum 30. April. Also das war Angie. Und ja, nochmal so ein Rückblick im Hintergrund. Summer Reverie von Jackie Parker. Moment, 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 Moment. Vielen Dank.